Nächster Redner war Harald Stephan von der FPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren. Also jetzt habe ich das nicht ganz verstanden, was jetzt die wesentliche Verbesserung ist. Wir haben, glaube ich, hier versucht, etwas abzufangen, was sehr unangenehm ist. Insofern ist es vielleicht eine Verbesserung, dass es dieses Gesetz gibt. Aber ich möchte es kurz erklären. Die EU-Erbrechtsverordnung ist der Hintergrund für diese Bestimmung. Und die EU-Erbrechtsverordnung sieht eben vor, dass jetzt im Ausland eine Nachlassregelung im Inland gültig sein muss. Das heißt also, ein Erbe, was in Rumänien zum Beispiel, wird eine Verlassenschaft abgewickelt. Eine Liegenschaft ist aber, die haben aber Liegenschaftsbesitz in Österreich. Und das Gericht oder welche Behörde auch immer das in Rumänien ist, stellt ein Nachlasszeugnis aus. Und das gilt dann automatisch in Österreich. Das klingt ja noch ganz verlockend, ist aber in Wirklichkeit ein Riesenproblem und ein typisches Beispiel für falsch verstandene Vereinheitlichung auf europäischer Ebene. Das führt in Wirklichkeit zu einer Nivellierung, zu einer Verschlechterung und vor allem insbesondere zu einer Verschlechterung in Österreich. Denn in Österreich gibt es das Grundbuch, auf das man hundertprozentig vertrauen kann, weil das geprüft wird, weil jede Eintragung im Grundbuch einer sehr aufwendigen Vorgangsweise vorausgeht, das Grundbuchgericht das genau prüft und man eher darauf vertrauen kann, wer ist Eigentümer. Wir haben auf der anderen Seite ein Verlassenschaftsverfahren in Österreich, wo also genau geprüft wird, wer ist Erbe und dann wird denen das Eigentumsrecht zugesprochen. Jetzt wird es durchbrochen, weil eben zum Beispiel ein rumänisches, das ist nur das Beispiel, oder ein sonstiges anderes Gericht eines anderen Mitgliedstaates hier festlegt, wer der Erbe ist. Und wie das dort abläuft, wissen wir nicht. Und das heißt, wir wissen es zum Teil schon, dass das jedenfalls dort in einer ganz anderen Art und Weise abläuft. Da kommt jemand mit der Sterbeerkunde, sagt, ich bin der Sohn und dann kriegt er eine Bestätigung, dass er der Erbe ist. Ob es da jetzt noch drei andere Kinder gibt oder sonst was, wird da nicht geprüft. Unter Umständen, der bekommt, das ist halt dort so, deren Philosophie es so zu machen, kann man ja durchaus. Jede Rechtsordnung ist ein bisschen anders. Aber das Ergebnis ist, er bekommt ein Nachlasszeugnis und mit diesem Nachlasszeugnis kann er jetzt dann zum österreichischen Grundbuchsgericht gehen und sagen, er möchte hier eingetragen werden. Das durchbricht unser System. Das ist eine Verschlechterung, weil es eine Nivellierung ist. Das heißt also, das, was bei uns bis jetzt geregelt war und worauf man sich verlassen konnte, wird jetzt durchbrochen, weil ich hier eben andere Systeme zur Anwendung bringe. Und das ist schlicht und einfach eben, das ist diese falsche Denkweise, dass man alles auf Teufel komm raus vereinheitlichen muss, wo es in Wirklichkeit dann im Ergebnis verschlechtert wird. Und insofern hat sich Frau Kollegin Becher recht, dieses Gesetz soll jetzt dazu dienen, dass man das Schlimmste hier abfängt. Dass man also hier jetzt jemanden einsetzt im Inland, der das dann so quasi übersetzt und versucht, wenigstens in eine Form zu bringen, um das durchführbar zu machen. Aber das substanzielle, das materielle Problem bleibt trotzdem bestehen, dass das unter Umständen nicht geprüft wurde, wer wirklich der Eigentümer ist oder wer wirklich der Erbe ist. Das heißt, ich habe dann unter Umständen nachher einen Streit, der dazu führt, dass das, was bei uns im Grundbuch steht, nicht stimmt und dann wieder geändert werden muss. Also da hat man wirklich auf europäischer Ebene mit dieser EU-Erbrechtsverordnung und mit diesem europäischen Nachlasszeugnis etwas Schlechtes aus unserer Sicht, aus österreichischer Sicht produziert. Wir machen jetzt das Beste draus, deswegen werden wir auch dazu stimmen, diesem Gesetz. Aber man muss schon darauf hinweisen, dass das ein ganz schlechtes Beispiel dafür ist, wie unter dem Vorwand der Harmonisierung hier leider eine Nivellierung einsetzt. Das war nicht durchdacht und das österreichische System wird eben dadurch ein bisschen unterlaufen und es wird so jedenfalls die Situation in Österreich schlechter. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir uns jetzt hier mit dem Gesetz bemühen und es besser daraus zu machen, haben wir auch gesagt, wir stimmen dem zu. Man muss nur darauf hinweisen, was hier in Wirklichkeit angerichtet wurde. Argumentierte Harald Stephan von der FPÖ.